Jawohl Leute, hier bin ich wieder mit, oder Link to the Past, ja. Ich bin gerade auf dem Weg, auf den Todesberg. Ich habe hier zwar gar nichts zu suchen eigentlich, aber ich habe mir gedacht, da kommst du ja jetzt hin, bist du ja nah dran. Ich bin gerade verwirrt. Obwohl ich mich gerade frage, ob ich hier richtig bin. Ich denke mal schon. Und ich bin kein Häschen mehr, hihi. Aber ich muss wieder hin. Weil ich da hoch möchte, mir das letzte Medaillon holen, dann habe ich die auch. Lalalala, lalalala, lala, hoppla. Hallo, das macht er für bla bla. So. Das hätte ich auch schon viel früher machen können, eigentlich. Jetzt habe ich alle das Luftmedaillon damit, was du machst über die Atmosphäre und kannst den Polarwind dabei rufen. Achte auf deine Magieanzeige. Ich suche immer noch nach einem Weg, wie ich in die Schattenwelt komme. Ja, mal abgesehen von da unten. Naja, solange ich suche, das schneide ich einfach raus. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich einen Weg gefunden habe in die Schattenwelt. Bis dann. So, und habe doch schnell einen Weg gefunden, als ich dachte. Ich habe einfach meinen Vogel benutzt und habe mich hingebeamt. Und ja, jetzt sind wir wieder da, wo ich eigentlich hin will. Da ich aber hier noch nicht wirklich viel machen kann. Was haben wir denn hier? Also das, was ich wollte, kann ich noch nicht machen, weil ich die Handschuhe brauche. Kann ich mich ja gleich aufmachen in den vierten Tempel. Wer bist du denn? Hey Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Aber die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine. Glaub mir, es lohnt sich. Nein, erzähl mal. Du wirst es nicht bereuen, Kumpel. Also dazu. Ich habe erfahren, dass im Teich bei der Flussquelle ein kleiner Kreis... Nicht wahr? Ich weiß es zwar nicht genau, aber ich kann ja... Ja, wirklich blöder Vogel. Squawks für Arme. Verdammte Scheiße. 20 Rubinen ausgegeben, natürlich nix, weil ich das, was da drin ist, ja schon habe. Naja, gut. Jetzt bin ich zwar am Arsch der Welt. Muss ich ja wieder oben lang auch so der Scheiße. Naja, gut. Obwohl ich noch kurz was gucken will. Herzteile, nein. Hier war doch irgendwo ein Eisstab, oder nicht? Von dem steht hier irgendwie nichts. Ich werde mal... Ich komme ja eher in den Friedhof vorbei. Da werde ich mal da reingehen. Ja, bis dahin... Mach ich wieder einen Cut. Wir sehen uns am... Nee, Quatsch. Scheiß auf den Cut. Weil ich sonst mit der Zeit überhaupt nicht mehr zusammenkomme. Jetzt komme ich total durcheinander, wenn ich das hier ständig außen anmache. Also... Nehme ich mal den Weg mit auf. Hau ab, du nirgst. Ich habe einen Anteil meines Geldes wieder, juhu. Ja, der Weg ist ja nicht so weit. Mensch, was habe ich dir schon wieder am Hals. Kacke. Lauf, Link. Lauf. Yay. Sehr, sehr gut. So. Hey, wie du springst jetzt ins Wasser, Link. Sonst gibt es echt was. So. Ging ja doch sehr viel schneller, als ich dachte. Mal, wo an dem Ogre da vorbei ist. So ganz gezünd. Ich glaube, das war nicht mal hier. Das war in der Lichtwelt. Ja, weil ich hier in der Schattenwelt überhaupt nicht hinkomme. Hier komme ich auch in der Lichtwelt nicht hin, oh Scheiß. Boah, ich gehe echt gar nichts unter die Scheißhandschuhe. Da kann man echt alles erst machen, wenn man die Handschuhe hat. Oder Moment. Da kommt man doch auch schon so hin. Warum stelle ich mich so an? Du kannst mal sehen, wenn ich hier setze. Eine Höhle. Okay. Hier wartet uns entweder ein Herzteil oder Geld. Ich entdecke das Spiel auch gerade neu. Zu lange her. Ein Herzteil. Supi. Wieso habe ich eigentlich nicht? Nee, ist egal. Na super. So. Gibt es hier immer 20 Rubine? Das lohnt sich doch. Da kann man doch öfters mal hier vorbeischauen und rempeln. So. Würdest du das jetzt mal wegziehen? Oder muss man rempeln? Rempeln. Alles klar. So. So. Zauberumhang. Trag ihn und du bist unsichtbar. Achte auf deine Magie. Sehr gut. Nice. So. Da ich es noch nicht mehr machen kann, muss ich doch zum Tempel. Super. Hier gibt es immer 20 Rubinen. Wie geil. Ist ja jetzt kaputt. Ach nö. Die fährt jetzt fangen können. Okay. 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 Bombe. Brauche ich nicht. Das komme ich da nicht rein, wie ein Idioten. Naja, vier Bomben. Frag mich wofür. Was ist überhaupt hier? Lass mal gucken. Ein Oktopus. Na gut, ich erzähl. In der Pyramide traufe ich eine echte Schönheit. Der Angang ist aber versperrt. Normale Bomben riecht. Ja, ich weiß, was ich da machen muss. Das ist völlig umsonst, die ganzen Infos, die man da kriegt. Ist hier nix? Da ist ein Pfeil. Offensichtlich. Uh, kriegt man eine Rubine wieder. Wieso ich da ein Pfeil? Egal. Egal. Und bei wem man die Bomben kriegt, weiß ich auch schon. Ist nicht Schweinchen. Ist zwar ein Linkshaus. Also was in der Lichtwelt Linkshaus ist, ist hier ein Bombenshop. Och scheiße. Mann, du blödes Schwein. Wieder kein Herzen voll. Ich werde nicht mehr. Auch ist das ätzend. Naja. Lala. Nein. Mal ab, du dummer Geist. Du, 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 du. So, da muss ich hin. Da ist der Tempel. Nächstes Schloss. Brust, Tempel. Blablabla. Da habe ich die Geisterbüge, ich sehe besser rein. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nach, äh, ja. Labyrinthe aus. Und das hasse ich. So Oh man, jetzt wird's interessant Also Ich spiel nach Lösungen, ne Das wisst ihr ja mittlerweile Weil ich einfach keinen Nerv hab das jetzt hier Vor allem bei dem Spiel, weil ich hab keine Lust So lange an den Schlössern zu sitzen Links, rechts Nach oben, links Da ist ein Schlüssel Eine Karte Okay, ich weiß gar nicht, wieso ich das brauche Aber ich würde mir lieber sagen, wie ich an die Schlüssel komme Und das war's, ne Scheiße, man den nicht sieht Fühlt man sich so angeschmiert Wie nach unten, Moment Hm, bei der zweiten Ist er doch da Wieso lauf dort nach oben Hä, irgendwie ist das hier falsch Hä, was war da? Ach du Schwanz Lutcher Da ist ne Truhe Da komm ich noch nicht Doch, da komm ich dran Ach nö Komm her Naja, immerhin Damit kann ich mich anfangen Schon wieder so ein dämiges Baby Ich werd nicht mehr Nix kann man gucken, ohne dass man von solchen Blägern Belgern belästigt wird So, doch lieber WhatsApp Date Irgendwie verarscht mich die Lösung gerade Ich hab's mir einfach nicht richtig durchgelesen Boah Naja, in diesem Sinne mach ich jetzt mal einen Cut Und guck nochmal nach der Lösung hier Also bis zum nächsten Part von The Link to the Past